Für mich ist das Konzert eigentlich jetzt fertig. Und das war jetzt auch so schön, ich bin einer schon abmarschiert. Aber wir machen jetzt gleich noch eins auf die Nacht. Ja genau, einfach ganz etwas wie ein Wälzerli auf Nacht. Das ist super, danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020